Grüßt euch Freunde, wir sind hier in der MZ Sportredaktion in der Ledetscher Straße und wir gehen mal ganz kurz rüber zum Kollegen Kaupe. Ich habe nämlich so das Gefühl, den bedrückt ja in den letzten Tagen so einiges und ich glaube, es hat mit dem HFC zu tun. Gucken wir uns mal an das Ganze. So, Herr Kaupe, wir grüßen dich. Hallo, was treibt euch in meinem Büro? Wir dachten, wir kommen mal rüber, weil wir so das Gefühl haben, dass dich so ein bisschen was bedrückt in den letzten Tagen. Oh ja. Bezüglich des HFC. Ich habe jetzt gerade mal auf unserer Seite auf den Rund geguckt, da steht dann über deinem Artikel rasanter Stimmungswechsel. Das treibt mich hoch um. HFC ist für mich ein Pflegefall. Ich bin seit 1974, man müsste mal nachrechnen, 42 Jahre, dort im Stadion. Und ich hatte so viel Hoffnung. Ende letzten Jahres, wir haben mit dem Bürger einen Riesenaufschwung, hätte ich nicht für Möglichkeiten einen Riesenaufschwung gemacht, wir waren dran, wir gewinnen in Kiel 4-0. Und wir gingen es wie vielen anderen. Ja, wir haben gedacht, im Winter, dann geht es los, wir trauen uns nach vorne und wir holen uns noch ein paar Stürmer. Einen brauchen wir vielleicht ja noch. Wir haben ja nicht viel Geld. Und dann geht es einfach mal los und wir wagen es mal, Richtung zweite Liga zu schielen. Sechs Punkte Abstand war es. Sechs Punkte waren es ja noch oben. Sechs Punkte waren es gar nicht so viel. Gar nicht so viel. Und ich glaube auch ein ehrgeiziger Trainer wie Stefan Böger hat natürlich auch so ein bisschen, naja, er würde glaube ich auch gerne aufsteigen, die Spieler würden gerne aufsteigen. Und jetzt sitzen wir da im Loch. Ich hab die Nase voll. Jetzt ist ja auch die Frage, was auch im Forum diskutiert wird, woran lag das? Oder woran liegt das, dass das Zweitliga-Thema schon wieder eigentlich keins mehr ist? Also was wurde da verpasst aus deiner Sache? Naja, im Prinzip, man hätte ja schon vor dem Magdeburg-Spiel, man hätte vom Vereinsseiter ein Zeichen zu ziehen können. Wenn sie sagt, okay, wir haben zwar nicht viel Geld, aber wir riskieren was. Wir besorgen uns einen Stürmer, wenn wir mal ein bisschen über unsere Verhältnisse leben. Es muss doch nicht viel sein. Ein Stürmer für ein halbes Jahr, der was taugt, der kostet vielleicht Ausleihgebühr 20.000, 30.000. Manager Ralf Kühne wird das besser wissen. Der verhandelt mit den Leuten, nennt uns leider keine Summen. Aber so ungefähr ist das so gängig, um einen zu bekommen, Ausleih, das ist doch eine gängige Möglichkeit. Wir haben es damals mit Franky Saint-Bode erlebt. Das hat funktioniert. Wir haben zwei Stürmer gespielt mit Furoheim und Saint-Bode. Jetzt haben wir noch Osawa, Furoheim ist verletzt. Wir riskieren nichts, null, nada, vor dem Magdeburg-Spiel. Wir hätten einen holen können. Und was hat Magdeburg gemacht? Ja, mehrere geholt. Wir haben mehrere geholt, die haben einen geholt, der im ersten Spiel gegen uns noch zwei Tore schießt. Die sagen, wir wollen die Klasse halten, ja, was sollen Aufsteiger anderes sagen? Die haben aber Eier. So leid mir das tut, ich bin bestimmt kein Magdeburg-Fund. Aber da macht uns jemand morgen vor, wie es halbwegs gehen könnte. So klamm kann es doch nicht sein. Unser Etat ist viel höher als der von Magdeburg. Und ich verstehe diese Feigheit nicht, diese Provinzdenken. Da drüben haben wir Leipzig, die steigen auf in die erste Liga. Da oben haben wir Magdeburg, die steigen vielleicht auch auf in die zweite Liga. Und wir sitzen hier die ganze Sache irgendwie aus. Ich weiß es nicht. Wir sitzen hier und nichts passiert. Ein Management zum Beispiel muss sich an Resultaten messen lassen. Und das Resultat, wir haben Herrn Beere geholt. Was halten Sie von Herrn Beere? Herr George! Ich dachte, wir duzen uns. Nee, sag mal. Weiß ich nicht. Das ist ein junger Mann. Er muss sich natürlich jetzt irgendwie mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, dass er der einzige Zugang ist, wo er eigentlich gar nichts kann. Er kann nicht sein. Das krasst alles so ein bisschen auf ihn ein, aber er kann nicht dafür. Er mag ein Guter sein. Und das hat er bei 96 nicht im Vertrag bis 2018. Aber wenn Ralf Bühne vorher sagt, wir suchen uns eine Soforthilfe, dann ist natürlich die Frage, ob das die Soforthilfe ist. Na komm, ist er nicht nur hier, um Spielpraxis zu sammeln? Vielleicht hat er gar nichts gekostet. Und Hannover hat gesagt, los, komm, lass den Jungen spielen. Ihr kriegt den, bei uns kriegt er keine Chance. Ihr kriegt den für ein Abel und ein Ei, aber lass ihn bitte spielen. Damit er im Sommer zurückkommt und in Schwung ist. Ja. Ja. Also hat das Management ja einen Kontakt gehabt, wie auch immer der dann zustande gekommen ist. Aber, Mann, und dann stehst du hier und ich habe mir dann auch die Foren angeguckt und alles Mögliche. Ich habe gestern auch Transfer-Ticker. Mensch, jetzt ist noch eine halbe Stunde. Vielleicht kommt noch was, vielleicht kommt noch was. Nichts. Na, Null. Und dann stehst du hier raus und sagst, Chance vertan. Wir haben zwei Spiele verloren in der Rekunde. Okay? Wir haben Scheiße gespielt. Nicht überragend. Sagen wir es mal so. Scheiße zu betrieben. Ein bisschen auch. Ich bremse mich ein bisschen. Aber ich bin gerade dabei, mich ein bisschen in Rage zu reden. Wir müssen uns vielleicht doch ganz kurz mal erklären, warum du dich so in Rage redest. Ich meine, du machst das ja schon seit 30 Jahren und bist schon seit 40 Jahren HFC-Fan. So ungefähr. Also ich bin damals mit dem HFC in die zweite Liga aufgestiegen. Damals war ich dabei, als die in Chemnitz den Platz 4 in der letzten DDR-Oberliga gemacht haben. Ich war beim Europapokal gegen Torpedo Moskau. Ich habe das alles miterlebt. Ich bin in der zweiten Liga zu den Auswärtsspielen mitgereist als Berichterstatter für die Mitteldeutsche Zeitung. Und jetzt sagt man sich, es muss in diesem Verein doch mal irgendwas vorwärts gehen. Eine Vision. Haben nur wir Visionen? Haben nur wir Visionen? Irgendwo scheint man sich eingerichtet zu haben. Es ist schön, dass wir dritte Liga spielen. Zweifellos. Aber irgendwann muss ich doch die Leute mitnehmen, mitreißen. Ich muss denen doch anbieten. Leute, wir probieren was. Dann kann man ja als Verein eigentlich kaum was verlieren. Nein, eigentlich kannst du nicht. Aber du kannst verlieren, wenn du so agierst wie jetzt. Und zwar deine Fans. Die verlierst du. Am Wochenende Dresden. Knaller. Zu DDR-Zeiten stand ich da im Block. 25.000. Der HFC war ein kleiner Mittelklasse-Verein, der vielleicht 7.8er war. Dynamo, immer die große war. Ja, im Prinzip sind die Verhältnisse ähnlich. Jetzt, 30 Jahre später, Verhältnisse ähnlich. Damals 25.000 im Stadion wollten das sehen. Und jetzt, das Spiel ist nicht mehr ausverkauft. Und das ärgert mich einfach. Das ist doch auch ein Indiz dafür, dass den Leuten die Fans, also dem Verein die Fans weglaufen, wenn das nicht mehr passiert. Und was soll denn danach passieren? Die Osterwies sind im Prinzip vorbei. Die Saison plätschert hin. Der HFC wird vielleicht noch, wenn es gut geht, seine 45 Punkte, sein Minimalziel herum. Aber damit hole ich doch keinen mehr ab. Und das macht mich so sauer. Mir fehlt eine Perspektive. Ich würde gerne meinen Verein so ein bisschen da mitfiguren können. Oben dabei. Und alles gut. Das ist ja auch die Frage, was die Leute fragen. Na ja, Meckern tun sehr alle, aber wie soll es denn weitergehen? Also jetzt vielleicht auch im Sommer, in den nächsten Monaten was. Ich habe keine Ahnung. Und diese Ratlosigkeit, im Prinzip da laufen wie viele Verträge auf? 16 Verträge laufen. Plus Stefan Böger. Plus Stefan Böger. Alles ist in der Schwebe. Gibt es Nachrichten, dass mit irgendwelchen Spielern geredet wurde? Dass mit Böger geredet wurde? Wie es weitergeht? Als Spieler würde ich mich doch auch nicht anstrengen, wenn ich nicht weiß, wie es im Sommer weitergeht. Wenn ich aber weiß, ich bleibe bei Malte, ich habe einen Vertrag und dieser Verein will mit mir aufsteigen, dann spiele ich doch ganz anders. Mein Gott. Wenn ich in der zweiten Kreisklasse, wo ich immer noch im Kolmitz kicke, wenn wir aufsteigen, ja, wir sind Vierter oder so, wenn wir eine Chance haben, aufzusteigen, natürlich knallen sich dann alle rein. Es geht um Aufstieg. Und der Verein fragt, ja, mach Jungs, los. Das kostet natürlich nichts. Aber, zweite Liga, 5 Millionen, haben Sie Geld mindestens. Das ist doch meine Perspektive. Und jetzt, ich habe Angst, dass wir erdrückt werden, hier in Halle, zwischen Magdeburg, da oben, und Leipzig, da drüben. Und das macht mich traurig. Das bewegt mich. Und jetzt lese ich deinen Artikel noch zu Ende. Alles, was ich bis jetzt gelesen habe, war toll. Spricht mir aus der Seele. Können die Leute in Leipzig morgen auch noch lesen. Naja. Und ich hoffe, wir können uns mal unterhalb, wenn ich ein bisschen fröhlicher drauf bin. Ja, hoffentlich, denke ich doch auch. Also, ja, Mittwoch in einem Z-Kaufen, lesen. Und dann sehen wir Christoph mit Sicherheit bald wieder. Und dann wirklich hoffentlich in besserer Laune.